Jetzt regnet es nicht zu fassen. So, letzter Proberaumtag. Hallo. Das müssen wir mit Radler begießen. Wie man sieht. Radler, wie der Radler zusammen fliegt. Aua. Das müssen wir hier sein. All I want is for you. All I want is for you. All I feel is for you. Ja. Auf jeden Fall für den Balten. Der Jens wollte schon mit sich nehmen. Ach, der ist gut. Ich werde über das Geld. Das muss ich hier sein. Ich werde über das Geld. All I want is for you. All I feel is for you. Ich werde über das Geld. Ich werde über die Geld. All I want is for you. All I'm free is for you. If you ever fall down. If you ever come back to me. Willkommen zu Jens am Fenster. Heute Jens am Fenster, heute mal umgekehrt. Heute kippen wir keine Getränke in uns hinein, heute kippen wir sie aus. Dieses Wasser ist eines der, also wir haben ja festgestellt, wir brauchen ja, wir brauchen ja neuerdings, müssen wir ein bisschen was für den Wasserhaushalt tun. Aber Jens, andererseits wieder, es geht demnächst um Wasser. Wasser ist die neue Kohle, weißt du so. Ja gut, das Wasser ist halt leider schon, wahrscheinlich selbst das Wasser ist übers Verfallsdatum raus. Hier steht zum Beispiel drauf, mindestens haltbar bis 31, die erste 1998. Zack! Ah, jetzt voll! Yeah! Check it! Opa! Hey! 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 Ah, ja! Hey! Hollander Yuya. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020